Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 No, das sind Unithologen. Warum wollen sie uns töten? Wie, die wollen Sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Mieses Arsch. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Sie haben früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind Sie eine Bedrohung für Ihren Plan. Plan? Wir haben eine Entzeit-Prophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, Sie können sie aufhören. Sie ist verschwunden und Sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Fortwartet ein Rettungsziele. Ressourcensammler online. Guten Tag, Sir. Oder Man. Oder Klon. Gebt nicht viel zu berichten, Sir. Ich werde mal hier drüben nachsehen. Mit etwas Glück sind hier mehr Ressourcen und, äh, weniger Leichenteile. Bitte. Wo hast du diesen Mann gesehen? Bitte. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ah! 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 Das ist es. Kommen Sie. Wir müssen aufs Dach. Brüder und Schwestern, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Aber warum die Regierung stürzen? Warum EarthGuard? Denn ich sag, Sie hätten mit den Makern experimentiert. Er hält das Verkehr dabei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Kommen Sie. Machst mich halt! Wer hier lebt noch? Doch, bringt ihn her. Also Clark, der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Markertestlabor. Es gibt sie überall in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Markertestprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein! Nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Acht? Ich wusste noch so. Ich empfehle Sie. Ah! Nein, nein! Da, in der间 mal ist es nicht so. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich komme mit der Yodoro rein. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Was ist mit den Zügen an der Washington Station? Wir können mit einem rausfahren. Und wie sollen wir das machen? Finden Sie es raus. Wir sehen uns dann bei den Schienen. Dies ist eine Notfall. Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird dieser Bereich bis heute das Wien geregelt. Aber du siehst im Oberklage, es wird hilfreich unterwegs. Und wie soll es? Geh das Seizis! Geh das Seizis! Ressourcensammler online. Sie werden gleich in den Genuss der Dienste eines T-36 Ressourcensammlers kommen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben... Hey! Nehmen wir was Süßes! Dienste eines T-36 Ressourcensammlers. Wie Süßes? Ressourcensammlers. Ressourcensammler online. Ressourcensammler online. Dr. Ressourcensammler online. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist ein Notfallmittelteil. Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird dieser Bereich bis auf Weiteres abgeriegelt. Bewahren Sie... Washington Station? Wo zum Henker sind die Züge? Keine Ahnung. Moment. Los, helfen Sie mir mal. Was? Warum? Das ist ein Zugdepot. Wir können einen der Ersatzzüge reparieren. Suchen Sie die Zugmaschine. Oh Mann, wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt, Zugmaschine und Treibstoffwagon ankommen. Alle Argos sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugang. Der Zugteil einsteigen. Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich stüße auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Drecklich. Und dann zurück. Drecklich. 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 Körper, können Sie mir was über Alice' Verschwinden sagen? Jetzt sofort. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Wie stehen die Chancen, dass sie noch lebt? Sie waren auf der Keyhole-Station. Sie flog zu geheimen Koordinaten, die sie gefunden hatte. Dann brach der Kontakt ab. Sie hat Echtbogen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch am Leben richtig sauer ist, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Da, hier kommt die Cavallery. Welches Schiff ist die Eudora? Das Größere, das Gradus ist auch so. Ja, ja, ja. Scheiße. Aufstehen Sie. Eisen, schwingen Sie Ihren Arsch her. Jetzt oder nie, AS-Aven, kommen Sie! Zerstört den Zug! Nichts darf übrig bleiben! Raketen haben Sie wieder fast. Abschluss in fünf und vier, drei, zwei, eins... Schlaf! Schlaf! Ich hab ihn! Ring schещigen wir raus! Jetzt! Jetzt ist es stärker. Jetzt sind Sie sechs. Nein, nein! Steh, jetzt! Ich bin leer. Wenn Sie sich nur lieber fast diesw Gadgen, haben und sich dann eine Studie adaptations委!", Ich muss jetzt nochmal lang're fans! Da ради hired! Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zu... Er ist tot. Der Neck hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst mal an. Korba, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört.